Und du bist der Whisky-Lady. Was ist? Was schaust du dir da in der Trautel? Was hast du dir da mit Jungen aus dem Brötchen gemacht? Oh ja, deswegen schaue ich ja. Weil ich habe in meiner frühesten Jugend einmal einen Kakadu geschnachselt und jetzt überlege ich, ob du vielleicht nicht mehr gut bist. Vielen Dank.